Servus Leute, ein kurzes Video, um mich bei euch zu bedanken für die 100.000 Abonnenten. Ich bin jetzt ziemlich bravlos, ich weiß nicht was ich sagen soll. Auf alle Fälle bin ich gespannt, ob und wann ich einen Playmouten bekomme. Da gehört natürlich mit Sicherheit irgendein Video dazu. Auf alle Fälle wirklich vielen Dank für das ganze Feedback, das es mir immer gibt. Dafür, dass man sich immer unterstützt und dass ihr immer fleißig die Videos anschaut. Wir werden ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Das werden wir wahrscheinlich am Sonntagabend machen. Nähere Infos gibt es dann am Sonntag, denke ich mal. Das ist eine gute Zeit. Bis der Nächste, wir sehen uns. Ich wollte noch ein bisschen Dreck, also bis später.